Ein schöner Blick auf die Hegau-Vulkane, also ganz im Hintergrund der Hohentwil, dann der Hohe Grän, der Mägdeberg, bisschen unauffällig dazwischen, dann der Stoffel, der wohl eigentlich zwei Gipfel gehabt haben soll und wie ich jüngst gelesen habe, sogar drei Burgen drauf waren, wobei eine Burg da geteilt wurde, wegen zwei Erben und so weiter und so fort. Dann haben wir hier den Hohen Heben und diese flache Erhebung, da ist das Franzosenwäldle, wo die Schlacht 1800 stattgefunden hat, zwischen Österreich und Napoleon und das ist die höchste Erhebung im Hegau, da ist das Stettner Schlössel drum. Sieht nicht so hoch aus, weil alles so in gleicher Höhe ist, ringsherum trotzdem ist die höchste Erhebung im Hegau und unten drunter sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut, da sieht man die vielen Autos, die auf der Autobahn fahren. Die Autobahn Stuttgart, singen. So.